Hallo meine Schüler! Wie geht es euch? Wir nehmen heute das. Was ist für das? Die Körperteile. Die Körperteile. Also wir reden, hören diese Worte und bitte sprechen sie nach. Okay? Okay. Also? Zweifach. Hörst du uns ein Schweigettel mit? Kopf. Gesicht. Ein Auge. Ein Ohr. Ein Ohr. Ein Zahn. Ein Zahn. Viele Zähne. Viele Zähne. Mund. Mund. Nase. Nase. Haare. 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 Hals. Hals. Bauch. Bauch. Po. Po. Ein Arm. Ein Arzt. Zwei Arme. Zwei Arme. Eine Hand. Eine Hand. Zwei Hände. Zwei Hände. Ein Finger. Ein Finger. Zehn Finger. Zehn Finger. Ein Bein. Ein Bein. Zwei Beine. Zwei Beine. Ein Fuß. Ein Fuß. Zwei Füße. Zwei Füße. Еchte. Lechte. Aziertel. Was hast du das? Kopf. Richtig. Und was hast du das? Arme. Nein. Mund. Nein. Was hast du das? Han.